Hallihallo meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde ARK VAL HALA! ARK meine lieben Freunde! Die anderen zwei sind einfach noch zu schüchtern. Ja. Unvorstellbar. Ja mit dabei sind auch wieder Sargent Möller, Geiserich und Onkel. Ja ha 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 hallihallo. Freundliches Salud meinerseits. Einen wunderschönen guten Tag. Joa, hat hier nochmal Tag gesagt. In der letzten Folge haben wir die kleine Höhle hier erkundet, die vielleicht für die nachfolgenden Events vielleicht noch vonnöten sein wird. Ja. Und jetzt schauen wir mal was wir noch so alles in der Trickkiste haben und gefunden haben. So äh Kinnas, kommt ihr? Ja ich fliege nach dir. Nach. Ja komm mein Kleiner hier hat Hunger. Ich muss mal kacken. Mach doch. Ist das nicht ne Affenart? Was ich muss mal kacken? Mach kacken, das sind doch ne Affenart. Ach mach kacken. Ja äh. Schrapp gehen oben. Nach oben. Einfach senkrecht nach oben. Okay. Berg entlang. Ach so. Nämlich hier oben gibt es auch so einen kleinen Punkt. Er wird sich theoretisch als eine Art Durchlass, würde ich sagen, für die Vögel eignen. Oder zumindest ganz passabel. Nicht der Kleine hier. Krass. Ach wie geil ist das denn? Ja. Da hat sich auch unser lieber Admin auf einem anderen Server bequem gemacht. Ähm. Ja Onkel, aber komm erst mal mit. Hier guck mal. Na hier kannst du ja. Nämlich, hier hinten gibt es eine, oh Gott, überhaupt zu lecken. Hier hinten gibt es eine Durchreiche. Hier hinten komme ich direkt wieder raus. Deswegen würde sich das für die Flugsaurier sehr eignen. Finde ich zumindest. Da kannst du, da kannst du zwei, da kannst du zwei, äh, zwei Mann reinstellen in die kleine Höhle. Kannst du feiten lassen. Ja, kannst du unten auch. Ja, aber komm mit. Diese kleine Höhle, in ihr steckt mehr als man denkt. Weißt du das? Woher soll ich das wissen? Ja, hätte ja sein können. Ja, komm mit. Aua. 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 Warte ich denn jetzt? Aua. Ich wurde von irgendwas grad gebissen. Aua. Hä? Aua. Ist, ist egal. Nämlich, Onkel. Ja. Steig mal ab. Warte. Ja. Der ist blutelt, ey. So, komm mit. Ja. Siehst du diese kleine Furche hier? Ja. Komm mal mit. Oh Gott, das ist hell. Was ist das denn? Leckern. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott. Aua. Aua. Ne Onkel, komm mit. Das hier. Das hier. Nenn mal einen kleinen Panic Room. Geile. Krass. Hast du dir jetzt so ein Silvester genau rausgelassen? Aua. Aua. Why do you do this? Aua. Ja. Ist cool. Ja. Ist geil, ne? Und ja, das waren eigentlich die beiden Überraschungen. Also, wir haben schon gesagt, die eine Höhle als Eventplatz würde sich sehr stark anbieten. Und den hier oben dementsprechend als, ja, alles was irgendwie fliegen kann, kann man hier oben absetzen. Aber ich brauche jetzt erstmal was zu futtern, also mein Kleiner hier, sonst krepiert der gleich. Sehr geil. Nicht nur deiner. Sau geil, die Höhle. Ja, ich bin schon auf 40% runter gehungert. Ha, ich bin durch das kleine Loch geflogen. Let's watch his head. Alter, ihr seid mal ein Dodo. Was seid ihr denn? Ja, ich bin hier unten am Boden. Also, ich krieche grad so ein bisschen. Ich suche was zum Futter. Auf einer anderen Insel gibt's halt genug Futter. Ich fliege jetzt einfach ein Satzchen nach, weil, ich weiß ja, wandelnde Orientierungsfehler und so. Mammut, T-Rex, und ihr seid weg. Dann hast du gesagt, du fliegst am Boden, wir sind am Boden. Ja, ich flieg grad hier oben jetzt am Boden. Also, ich bin auf dem Berg grad. Also, hier ist doch was. Wo seid ihr? Wir sind unten am Boden. Also, ich bin in irgendeinem Wald. Ich seh Bäume. Warte, ich komm auf den Berg. Warte, ich komm auf den Berg. Ich bin unten. Oh geil, ein Dilo. Also, ich friss hier schon ordentlich Viecher. Ein Trike. Du frisst einen Trike? Ja. Ich hätte zwei Dilos gefunden. Oh, ich fress auch grad ein Dilo. Oder er frisst mich grad, ich weiß noch nicht. Na Gott, ich kann nicht drehen. Viele Bäume. Ich hab auch keine Ahnung, wo ihr seid. Alter, ich seh nichts. Wo ist der Dilo hin? Nein. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Meine Überlebenschance. Meine einzige Überlebenschance. Ach, da ist er. So. Noxy, bleib doch mal stehen. Ich hab was für dich. Was? Du steckst einfach in den Vogel rein. Ne, warte. Ne, der hat alles selbst gefuttert. Alles? Alles. Nein. Weiß ich was ich sag. Es sind sechs Zitronensamen und Fiber. Kreiße. Also ich hab noch sechs Fleisch übrig. Oh, hier ist ein Raptor. Oh Gott, der Raptor beißt. Willst du dich wirklich in dem Zustand mit dem Raptor anlegen? Ich hab noch ungefähr... Boah, keine Ahnung. 30% Life. Und der hat Level 108 weg hier. Noxy, ich hab jetzt grad hier Fleisch. Wo bist du? Äh, ich bin vorne, äh, beim Bach, bei der Höhle. Also beim Höhleeingang. In den... Hier komm schon. Oh Gott, mach hin. Ah, ich seh euch da oben. Also irgendeiner ist da zumindest. Ey, bleib mal stehen. Möller. Ach so. Hier, komm auf die andere Seite, ey. Oh Gott. Gib's ihm rein. Alles. Am Stück am besten. Ist schon alles weg, Onkel? Ja, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Hier. Hier ist ein, äh, Dingsbums. Uh. Upsi. Sorry. Oh Gott. Äh, links vom Eingang. Bist du grad... Boah. Hier sind zwei Trikes. Oh. Hier, friss. Ich bin jetzt hier am Dings. Geffnet. Ich bin am Dingseingang. Am Höhleneingang. Ich hab doch gerade noch gesagt, ihr seid am Höhleneingang. Ja, wir sind da. Wir sind direkt links daneben, wenn du direkt davor bist. Ja, hier. Ich geb dir Fleisch. Ich geb dir Fleisch. Aufstehen. Ja, Onkel. Da bist du okay. Komm her. Ich geb Fleisch. Schieb's ihm rein. Nein, der hat alles selber gefressen. Ja, deswegen. Die Reise ist halt lang, ne? Er hat schon wieder alles selbst gefressen. Ehrlich? Gott verdammt. Der hat schon zwölf Fleisch gefressen. Der Junge hat Hunger. Komm doch mal um auf dem Sims bei der großen Höhle. Wieso? Ich hab jetzt 14 Fleisch. Wo ist denn die, hä? Aus nem Trike. Er hat sie mir freiwillig überlassen. Ach so. Ja, natürlich. Da spielen sie auch ab 16. Ja, ich bin beim Sims. Wo bist du? Also ich bin bei ihm. Warte, drin oder draußen? Draußen oben. Ach das doch. Wir sind drin. Aber wir könnten noch schnell Mammutohren, Bronto schnubbeln. Da hinter mir irgendwo ist noch ein Trike im Wald drin. Hast du was zu fressen? Alter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Alles weg. Dann lass uns mal den Berg hoch und irgendwas geplatten machen. Du musst so langsam genug haben. Äh, ja, so eins verträgt er noch. Danach ist alles wieder voll. Warte, wieso frisst der so viel? Der hat doch nur 300 Life. Ja, aber für die, den, äh, Stemina-Verbrauch, um das wieder aufzufüllen, geht der Hunger auch ziemlich runter. Cool. Das Mammut. Das Mammut. Necken? Jo. Der Berg. Das Mammut. Das Hurz. Hurz. Woll ich auch grad. Geht das neu, ne? Na klar. So klein ist das nicht. So, und die nächsten fünf Fleisch gefressen. Toll. Ey, das Ding frisst grad mehr, als ich irgendwie farmen kann. Der hat schon wieder nix mehr. Ich hatte grad fünf Fleisch. Scheißegal. Wir wollen doch jetzt sowieso zurückfliegen, oder? Ja. Irgendwie. Hab ich gehört. Und jetzt zurück. Ah, warte, da ist der nächste Mammut. Ja, oder wollen wir uns ein Architame hier oben? Hat er einer Bock? Wieso nur? Äh, Gegenfrage. Kann einer ein Archisattel grad machen auch? Ähm, grade machen. Eher nicht. Äh, weil mir das Material fehlt. Mist. Obwohl, was fehlt denn hier da? Hyde. 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 Äh, 150 Keratin. Chitin. Und ein bisschen Fiber. Was kriegen wir doch hier oben? Wir müssten ja nicht direkt hier, Sattel. Wir können den ja einfach folgen lassen und dann heimfliegen. Ja, klar. Oh, toll. Zweikampf... Zweikampfvögel... Zweikampfvögel und ich... Oh nein. Hyde sammeln oder was? Äh, das was da ist. Also Archis gibt's ja oben auch wie Sander mehr. Ich hab Mammut getötet. Ich bin useful. Ach, die ist lecker. Hä? Ist er nicht gestiegen? Mammut's doch vorher ernsthaft? Also ich hab jetzt genug Fleisch. Ja, ich hab auch ein bisschen was. Und ein Prime Meat. So, aber wenn wir auch schon mal hier sind, werde ich hier jetzt mal eine kleine Runde drehen. Und vielleicht erwische ich was Schönes. Einen toten Gigannoto? Oder was meinst du? Ach, nee. Doch, das sind die besten Gigannotos. Oh ja. Am besten am Stücke... Am Stücke... Am Stücke schon gebraten. Äh, ich fuhl' satschend nach. Äh, zack. Ach so, keine Ausdauer mehr. Oh, ein kleiner Leck gerade. Ja, das ist normal. Hat das Server wahrscheinlich gespeichert. Kinder, wo seid ihr? Also hier haben wir einen Rex. Äh, was ist ein Level? Ah, den greifen wir mal an. Was hat er? Janik, was hat er für ein Level? Zwölf. Und der andere acht. Oh scheiße. Lohnt nicht. Alter, ich muss nicht regenerieren. Hört, boah auf, ich so beißen. Ihr Mistvieh hier. So, haben wir denn hier irgendein schönes Vieh? Sind ein paar Archies? Die könnten wir machen. Ich versuch gerade irgendwo Mellor zu finden. Aber der Nachfahre der Demokratie lässt ja auch keine Fragen offen. Oh, es schneit. Oh, es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus. Ich hab... Hier gibt's übelst viel Eisen. Hallo, hast du was Falsches gesagt? Nö, nein. Was soll mal großartig da zu sagen? Ich kenne viel gerade an Rex. Äh... Ich finde... Ich will noch nicht. Jetzt werde ich bestimmt noch nicht mehr da hinfinden, wo ich herkomme. Weg einfach mal zum höchsten Berg, den du so und dich rum hast. Ich sehe nichts mehr, das ist neblig. So, komm. Los, los. Das Ding. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich seh grad euch beim Rex-Camp. Äh, wo seid ihr? Ja, hier beim Rex. Yo. Wie war's nochmal? Wer ist da? Ich. Wer ist ich? Ich. Ich. Und zwar sind wir bei... Ja, ich sag mal 45... 35 so ungefähr. Ne. Vorsicht, Onkel. Onkel, Onkel. Was denn? Alter. Ich war auf der Map. Fliegt doch mal du Scheißvieh. Hä? Ja, aber ne, aber ja, aber ne. Äh, ist das hier? Ne, also, andererseits. Wo ist denn hier irgendwas Beklopptes, was sich mit dem Dings kloppt? Hier kommt niemand mehr. So. Dann fliegen wir hier noch einmal rum. Es ist neblig, ich seh... Ich werde wahrscheinlich gleich vom Drachen gefressen. Einfach so im einen Haps, weißt du? Komm von hinten auf... Irgendwie hätte das was. Ja. Durchfall. Jetzt tu auf jeden Fall die bessere Aufnahme. Äh, na, ich weiß nicht. Zwar unvorteilhaft, aber besser. Das einzige, was man halt sehen würde, wäre eigentlich nur, äh... Keine Ahnung, wie es auf einmal schwarz wird und alles tot ist. So. Gut, meine Runde ist gleich fertig. Dann weiß ich, ob hier ein Drache ist oder nicht. Ja, wenn der scheiß Nebel nicht wäre, ey. Also scheiß Schnee. Okay, jetzt habe ich euch alle verloren. Ich bin gerade auf dem höchsten Punkt von der gesamten Bergkette und gucke... Okay, das finde ich. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Am höchsten Punkt. Ja. Ja, hat da ohne Kopf was angeflogen von der einen Seite? Es wäre jetzt geil, wenn jeder von der anderen Seite herangeflogen kommt. Nein, meine Stamina. Möller ist weg. Möller ist weg. Oh Gott, ey. Janik. Ja. Guck mal, von dir aus jetzt geradeaus und so ein bisschen nach links. Siehst du, wie der Teich aussieht? Ich sehe nur... Ich sehe nur Nebel. Achso, ich müsste mich da aufsetzen, ne? Achso. Weil der Teich sieht aus wie eine Acht. Richtig. Ich werde gejagt. Ich werde einfach nur gejagt. Ach, da. Ja. Ich werde ge... Nein, nein. Ich drehe mich jetzt zum Rücken dazu. Ich würde es nicht mehr sehen. Hast du es gehört, Möller? Ja, irgend so ein Boom. Bist du wieder Mammut, oder? Ähm... Janik, wie viel kannst du tragen? Ähm, nicht mehr viel. Ja, hier haben wir zwei Mammuts. Hm, schade. Ja, was seid ihr denn? Ausgelastet. Mammuts. Hier haben wir auch zwei Mammuts. Ja. Ecken, daher kommen wir falsch. Wo bist du? Ey, immer noch beim höchsten Punkt, verdammte Hacke. Beim höchsten Punkt am gesamten Berg. Und ihr? Äh, ich mache noch eine kleine Runde, weil jetzt gerade respawned war. Dahinter kommt irgendwas angeflogen? Ist das Onkel, oder? Ja. So, ähm... Janik, wo bist du hier? Ist das jetzt ohne Ernst? Ich drehe noch eine kleine Runde. Ah, das ist klar, der ist weg. Bin ganz in der Nähe. Ja, Onkel, was für einen Angriffswert hast du? Prozentual? Äh... 714. Ja, Quatsch. Alles klar. Äh... 170 Prozent. Ah, komm, der schickt hier ab. Was denn? Ah, Möller ist auch da, ist super. Komm, wir rippen gerade mal hier die Mammuts. Ich tank. Dann nehmen wir den nächsten auch mit. Naja, klar. Äh, beachte, der hat 11,40. Ach, das ist das Fünffache Übel. Ich durfte ihn töten. Du bist auch das Fünffache Übel. Ja, das hoffe ich doch. Das ist drölfache. Drölf. So, äh... Geh jetzt jetzt heim. So, warte kurz. Mal schnell kacken. Mal kacken. Not ready to kacken. Ach so. Ich glaub, du hast irgendeine... Ich glaub, du hast irgendeine gefakte Version, wenn bei dir not ready to kacken steht. Ready to poop. Ready to poop. So, ähm... Dann geht's der nach Hause. Äh... Ach ne, da ohne gibt's da hin. Ah, ich weiß, wo wir lang müssen. Einfach zur fliegenden Insel. Quasi. Ich seh hier nur Nebel. Und zwar richtig dicken Nebel. Licken Nebel? Der hat den Nebel. Der hat den Nebel. Der hat den Nebel. Oder wollen wir, äh... kurzen Abstecher ins Schneewego machen? Welches? Ich würde eigentlich gern mal wieder irgendwas machen. Mal wieder was bauen. Oder irgendwas mal wieder erweitern. Oder... Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mal machen, als wieder rumzufliegen. Ich sag mal so. Das Lager muss fertig gebaut werden. Heißt, wir brauchen Holz. Willst du jetzt wirklich 3 Stunden Holz hacken? Nein. Ja, aber... Lass uns irgendwas dickes tamen. Also das größte, was wir im Repertoire haben, ist ein Rex. Guck mal hier. Hä? Wo soll ich denn gucken? 4... Hä? Ich hab hier ein Rex mit... ...32. Level 32. Brauchen wir nicht. Können wir angreifen. Platt machen. Ey, wo seid ihr denn? Was haben wir denn hier? Hier. B! Wir sind alle zusammen. Nein. Doch. Seh ich anders. Und ich muss es wissen. Ich bin da leider. Flieg doch einfach mal an der Bergkette entlang Richtung. Flieg doch einfach mal zurück. Ich geh jetzt auch wieder an den höchsten Punkt. Nee, da flieg ich jetzt nicht nochmal hin. Ja. Von da aus Richtung Osten. Wo ist denn jetzt? Ich bin doch Richtung Osten geflogen. Willst du mich jetzt verarschen? Gleich wird es ja dunkel. Dann findest du uns schneller. Sag mal. Verarsche kann ich mich alleine. Nee, ernsthaft. Und das sogar glaubwürdiger. Boah, dieses Gelecke, ey. Was ist denn los, ja? Ich halte schon ins Maul. Ist halt rechts bei diesem Punkt Vulkan, oder wie das aussieht von weitem, oder die andere Richtung. Bist denn du? Ey, beim höchsten Punkt. Du warst doch gerade noch hier, oder hast du gesagt, hier ist nix, und dann hab ich den Dino gesehen. Siehst du den, äh, siehst du den lilanen Airdrop? Den T-Rex gesehen. Ja. Dann lass uns doch beim Airdrop treffen. Äh, achso, du meinst Beacon. Das ist doch hier gerade noch xie, oder? Nein. Ihr seid bei dem Achterteich. Äh. Oh, wieder ein Ziel. Doch nicht ganz. Aber okay. Siehst du das Licht? Ja. Achso. Nein, aber ich werd's gleich hören. Zum lilanen Airdrop. Ei, 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 ei. Hä? Und hier ging doch gerade die Rakete hoch. Willst du mich jetzt verarschen? Ihr seid doch alle so... Ihr wart doch gerade noch hier. Sö mal. Ihr seid doch alle solche Peen. Hä, wo, was? Was? Ich hör ja... Ich hör ja... Ach, leg mit dem Arsch. Ich dreh jetzt nicht mehr um. Ja, alles weiter in die Richtung. Das passt schon. Ei, du bist doch gerade bei mir vorbeigeflogen. Ich glaub hier ist ein Drache. Waa, was? Wo? Ne, äh... Pronto ist da drüben. Warum sollte er auch... Läuft der oder fliegt der eigentlich? Oder schwimmt der? Ähm... Der läuft. Er kann auch fliegen. Ja, kann er. Aber, ähm... Beim 10 fliegt er nicht. Also, wenn er gezähmt wird. Nur wenn er abhaut. Nee, der liegt und schläft. Aber es ist aber so. Was in dem Biegen drin ist, das erfahren wir erst morgen. Macht's gut, Leute. Horrido. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.